Wir befinden uns in der Lagerhalle der Firma Lena Lighting, wo ein intelligentes Steuersystem für Beleuchtung installiert wurde. Diese Anlage erlaubt die Einführung einer Reihe von Funktionen, die sich direkt auf Ansehen und Benutzerkomfort des Objekts auswirken und gleichzeitig enorme Ersparnisse im Bereich des Stromverbrauchs maximieren. Das von uns angebotene Steuersystem ermöglicht die Programmierung vieler Leuchtszenen in Abhängigkeit von der geschätzten Durchlässigkeit des Verbindungsweges und individueller Vorlieben des Investors. Wir haben die Möglichkeit der Ausführung einer Lagerallee, in der das Licht dem erkannten Objekt folgt. Wir können die Allee oder einen ausgewählten Bereich gleichzeitig beleuchten. Die Leuchtdauer zwischen der Erkennung einzelner Objekte, das Ausschalltempo sowie den endgültigen Helligkeitsspiegel im ausgewählten Bereich koordinieren. Dank der Einstellung des erforderlichen Leuchtniveaus können wir das natürliche, von der Sonne stammende Licht nutzen. Dies erlaubt eine flexible Herangehensweise an die Verwaltung des Helligkeitsniveaus von LED-Licht. LED und Sonnenlicht werden sich in entsprechenden Verhältnissen mischen, um dauerhaft das erforderliche Beleuchtungsniveau aufrecht zu erhalten. Ein gut gewähltes Steuersystem ist imstande, enorme Ersparnisse zu generieren. Eine durchdachte und optimal geplante Investition wird sich mit Sicherheit schnell bezahlt machen. Vorteile aus der Anwendung unseres Steuersystems gibt es viele, und das sind vor allem, niedrigerer Stromverbrauch, der in unserem Fall bis zu 56% beträgt, niedrigerer Lampenverschleiß, Arbeitssicherheit sowie erleichterte Verwaltung von Beleuchtung und Service. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017